Musik 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 Oh mein schreit die Mein schreit die irgendwie abkehlt auf mich zuzurennen Ich hätte doch Hier bin ich Leben für deine schwester So Da kommen wieder welche Ja ich habe euch gesehen Vorher zu gechargt kommt Ich bin in den anderen raum reingegangen Bekommen Ich bin noch nicht Musik 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 Okalito 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 da muss man jetzt hin und sie magier schüsse zur öffnung von magietür schon überall hier gewesen muss man ja lang ich habe einen teleporter mal irgendwie noch was jetzt den magier schüssel zur öffnung von magietür wo ist die schon alles aufgelegt hier zurück zum teleporter nämlich an so können wir sie nach dem weg fragen bitte ich bin noch nicht bereit ich gehe noch mal durch den teleporter schlüssel mit dem schlüssel haben wir den wort ich habe den vorhin mal aufgesammelt herr damit ich einen anderen teleporter sind wir da oben rechts unten links durch die teleporter gerade gegangen also wir gehen gerade zurück dann gehen wir zu den anderen ja der erfüllungswert zurück wo wir gerade waren immer nicht für alle zum gleichen dingen gerne ich muss warten erinnert sich doch glatt die farben meiner lichter mich herumschliegen 9 blau lila und grün feind rot blau und weiß oder die neu aus ok ja so richtig glaube ich ok geht nach ich sage immer gehört ja 1 ouch ich bin noch nicht bereit ich muss bong dong als ja ich muss warten auf und auf was geht nach macht sich auf einen epischen kampf oder macht schaden er schiebt in die falsche richtung er hat mich zu bewegen machen glüfenstein jetzt sollte vielleicht mal ich glaubte hat die viele punkte 58 ich weiß nicht was du meinst 58 wird verwirkt war zum verteilen ganz oben und das ding eher interagiert ja 58 jahr verdammt das letzte mal hat er nicht gesammelt nein deshalb vielleicht auch ein paar aus dem fenster geworfen da habe ich bekommen so neuer skin wollen sie nicht schlecht aus die axt wo noch mal jetzt gehen wir sind hier außer weimar boxerkäfig ich hab's mir mal eingesammelt was hat du war okay raus ok ich gehe schon mal raus gefunden hast also nicht jetzt wirklich ein paar neue designs gefunden habe ich immer noch nur diesen helm der besser ist mein einziger hat er muss halt den neuen rollen ja auch mit meiner axt gemacht ließ sich gut verlegen naja skin für brustschutz neuer skin für axt hatte ich mich einmal wieder belebt ja nicht wieder belebt aber ich mich mal zuerst wieder will ich immer als erster sterbt schwere sein dann das war ja deine gloria ideen ich habe mich wieder zu leben du sagst du dich immer zuerst wiederbeleben sollst weil du mehr aushält meistens so ich mich immer wieder blieben wenn ich irgendwie sehe kann aber du hast beim letzten mal gesagt ich glaube ich sollte mich ja mann jetzt mal erleben weil ich mehr aushalt ja jetzt würde ich eigentlich nur wieder blieben wenn ich sehe irgendwie weil ich jetzt bin ich reifer jetzt habe ich meine lektion gelernt wird mich verarschen wenn ich sehe dass irgendwie weil ich hier weiter in die gegner massen drin ist er bringt ja nichts wenn ich mich wenn du dich dann wieder bleibst und ihr seid eigenen büscher zurecht fährt egal alles klar ich stehe ich sterbe immer hier in den in den riesigen gegner massen bringt ja nichts wenn du mich irgendwie weil ich wenn du dich wieder willst dann muss ja in der riesigen gegner massen da reingehen um mich wieder zu blieben ja sagen wir eignen wir uns darauf dass du ihm recht bist lebe durch das ist ja gut ich sag doch gar nichts ganz gut ich konnte zur schlägerei ganz gut ja das ist jetzt wütend der muss jetzt schon so ist jetzt war sowieso noch nicht aber dort also weiter der tonköpfe was gerade so zu meinen zu meinen drip nein kann man also wenn man da sollte man leuchtenden kolben nehmen ja immer den ich bräuchte immer noch ein leuchtendes schwert gibt es doch nicht ein dicker hammer ist am leuchten mein kolben ist jetzt am leuchten mein groß schwer ist am leuchten durch mein kleines schwert jetzt habe ich jetzt habe meinen einzigartigen halben ausgezogen noch wenn ich es macht jetzt ernst das kann ich auch mal einsetzen hat die ganze zeit so schwache elixiere ich weiß gar nicht wo ich die herr schwaches elixier des feuerwiderstands wird ich muss warten ja ich gucke schon mal gibt es irgendwie so ein boss oder so also legions dingen hier was gar nicht kann man hat irgendwie mehr mal pro tag irgendwie erfahren ich glaube da gibt es irgendwie so limit oder so ja okay ich kann da gar nicht viel reinpacken ganz ehrlich so ein scheiß klaffener spalt level 100 okay ich muss warten du hast ja noch der leviathan dinge aufläufe 50 ich glaube ich glaube ich auch 25 vergabende hallen glaube ich auch trocken stäpe ja wie es geht jetzt noch mal die dann schon immer gerade gemacht haben elendes tor glaube ich nicht oder so oder endloses tor genau ja endlos wobei hat jetzt noch mal ich guck mal in die aufnahme ist ja man jetzt gleich so ein echo leider und schlagen noch mal das war da ich mal notieren ja endloses tor also sehen dass er bleibt noch mal stehen habe so das hier habe ich schon gut dass er zeit ja endlose tore in habe war zwölf dann schon sie mal nicht gemacht habe eine weitere dann schon für unsere kollektion also ich bin gerade ich bin schon wieder beim juwelen schmied du bist nicht da ja wie ein schmied level 100 aber tun der ihr shoppen vergabende hallen weg damit zerstört das vollwerk weg damit so jana als wacht haben wir gerade gemacht so ja ich habe noch die arzt wer da jetzt gleich war bei welches war machen heute meint blitzschaden treibender schatten da ist das mit diesem sind ding war dann sicher verfolgt und schatten schaden macht nämlich an hat man schon mal oder um ist wieder irgendwas was er ist der weltboss neun minuten regions ereignis ok also ich bin fertig ich bin noch nicht bereit doch ich bin bereit halt die klappe das licht des vaters ich bin noch nicht bereit ja nur so gerade jemand ändern bei dir ja ich sitze auf dem stuhl wenn hat dein ding für den effekt also mal gucken anrempeln denn das ist grüne monster kett widerstehen schatten monster widerstehen verwundbarkeit weiß das oberste das oberste ist immer irgendwie soweit er das grün das ist für uns anrempelndes in drinnen ich meine ich meine unter den grünen der oberste ich verstehe kein wort wovon du redest da ist wir kriegen ja mein ging man muss da das grün anrempeln dessen drin ja weil es darunter trägt vulkanisch ok weil das sind immer so diese sachen ja ja wohl kann ich jetzt aber nicht grün das weiß ja ja aber diese weißen hat sind immer diese special effects nicht so schlimm ist entscheidende von dem bonus in der tue meistens nirgendwie profitieren in den meisten fällen ich weiß gar nicht was vulkanisch stinkt ist man hat schon mal klingt irgendwie bekannt ich nehme an den vorkant auch darauf wenn der gegner stirbt dann immer das mal ne immer deins ok das schatten ding hat haben wir ja letztens schon ich hatte gerade durch die weltgeschichte ist klar für jäger warum denn nichts für uns 25 jetzt wird wieder geht es mir ans eingemachte das war das auch schon wieder recht okay wir müssen keine animus dinger sammeln wir müssen irgendwie wieder so steine zu podesten bringen also zur not können wir das durchziehen wenn hat jetzt so knapp wird dann er geht auch nicht immer vom schlimmsten aus aber trank tank mein trank aktiv ich bin erwartungsvoll da was steht hier monster keltische monster vor seinen zusätzlich 20 prozent ihre physischen taten als kelt schaden weil sowas ich nehme einfach mal ein elixier des eis widerstands wenn ich einen habe wenn ich eins habe ich habe kein elixier des eis widerstands wir sind sowas von tod doch ich habe auch ein school war ein schweinchen stück ja ich auch vier stück haa nimm das dungeon wir sind prepared oh dang here we go again was hat hier mit dem vulkan da habe ich dem lad ich nehme an das während des campus brechen regelmäßig flammenspitzen der nähe spielkarakter aus dem boden hervor als klar also während des campers ich muss vielleicht war doch irgendwie hitze schaden dann ebenso wir machen eiss schaden ja ja meine magie ja schon ja da wird ja nicht entscheidend für den schaden freund an die elixiere ich muss aber weniger eisschaden nehmen ich mache auch erhöhten eisschaden meinen lichtern hier ja ich will halt nicht einsam hier aber zum einsammeln ja ja da sind wir stein lieber da reinpacken müssen nein ich bin schon wieder fliegen ich muss ich werde mich einfach nicht aber 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 ich finde das einsam meint verloren da war nichts ok schreien der g mit der geredet wir sind bären und schilder und mal zum spiel ich habe das jetzt schon schilder und ja natürlich stiegel stiefel macht lockenturm von sakara ja die sind aber schlechter habe so damit haben auch schon eine stiefel haben auch irgendwann mit 900 wird schwer sein wird schon besseres zu finden sie ist meine leuchten mit 900 habe ich noch nicht gesehen 900 er macht gegenstand meine ich du auch gegenstands macht ja gegenstands macht macht den scheiß werde ja meine sie also auch tun hat normalerweise so kann ich gar nicht lesen jetzt hat hier grabstätte er leugneten das haben wir schon ja ja aber letztens gemacht ja ich bin noch nicht bereit ich bin so schnell wie möglich von meiner alten gruppe abgehauen sie wollten sich in wenn sie niederlassen und ich will raus ich kann nicht im sumpf leben alle fliegen umgelebt aber was für ein schatz ich kann die vulkan dinge scheinen aber nicht so viel schaden zu machen für uns wesentlich was schon wieder anderen dinge ich weiß ich weiß ich weiß es ist nicht gut auch aber es ist noch ein ding nein wir haben sich alle 9 von 9 schon wieder von siege gefeinigte das habe ich auch wenn man mir gefeinigt ist ja damals letztens die preinigten ruinen da sind wenige peiniger ich bin noch nicht leute in der geschwächer weil wir noch eine ram und diese weg stark dann ja ich so als ein stark reinpacken da kann aber nicht alles hier sein war bisher viel zu einfach schon ja verflutete ruinen so schnell weg wie geht es euch letztens irgendwie bei xbox wie sowas gibt es aber es gibt ja so playstation plus ne ja und dann gibt es irgendwie so playstation plus premium okay wenn er dort dann hast du irgendwie zu auch so klassiker klassiker spieler klassische spiele da bin ich bei irgendwie so den katalog irgendwie so durchgekommen da sind viele so ps1 und ps2 spiele ja ja genau der ps1 spieler von ja da habe ich nie durch gespielt hat hier ein bisschen schwieriger die situation hier ja 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 ich habe irgendwie den katalog irgendwie stört da habe ich ja auch gefunden und es ist da was demolition was auch im ps1 spiel auch habe ich noch nie gespielt das spiel da weißt du so ungefähr was das ist hast du schon mal drüber geredet den letzten paar da ja du kannst verschiedene fahrzeuge steuern muss gegen andere fahrzeuge ja ich glaube schon mal drüber geredet den twisted metal gibt es auch irgendwie das glaubt doch bekannt von sohn john da kenne ich auch hier ja auch singen ja ich weiß man hat mir drüber geredet die wurde beider von jabber mit sandel ja ja irgendwie so weit ich weiß nicht mehr genug ich meine da war irgendwie so weit so mit dem ending von ihr mit verschiedenen charakteren spielen in legends hatte die noch eine viel tieferes darüber die war vorher ein jeder fahrer war ich sie auf die schiefe bahn geraten dann zur kopfgelegerin geworden ja kommt auch in episode 1 vor ja ich habe letztens irgendwie so ein screenshot mal irgendwo gesehen glaube ich so bei der cameo gewesen bei dem pot racing glaube ich ja ja genau komisch vielleicht das spiel demolition das spielt glaube ich mehr so zu imperium 2 irgendwie weil er da irgendwie so charaktere du hast irgendwie so art ist die du steuern kannst also ob er fährt kommt da auch vor aber da kommt auch darf mal vor also von daher habe ich glaube ich natürlich so so darüber nachgedacht haben so ja weil uns scheinbar im februar ende februar kommt ja das wort ich bin noch nicht ich bin noch nicht ich bin noch nicht ich bin noch nicht irgendwie so nachgeguckt doch jetzt so aussieht wie das so aussieht wie das spiel aussieht ja 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 ich weiß aber ja ja ich kann kann erinnern irgendwie von irgendwie gameplay oder irgendwie sowas zu sehen es soll eigentlich ausspielen ich habe ja den zweiten und den dritten teil gespielt dann habe ich das gesamte wissen endlich von dem spiel war ich bin noch nicht irgendwie so ein pot racing spiel war da auch dabei verlaufen dann ein aber mal letztens gesehen hat nirgendwo da war die karl und wieder da die lache ich schubst du es ist eine menge gegner gerade ja ich komme irgendwie klar irgendwie jetzt wurde ich eingefroren und letzten worte aber bei der kreise weiße zeige ja ja ich bin gemerkt da ihr kaputt ja gerade eingefroren ich bin noch nicht bereit das war jetzt unnötig ich mache schon ein gegner hätten wir locker ausweichen können ja ich dachte jetzt haben wir gleich wozu noch ausweichen er geht mir mal eben nicht auf den kex ich glaube ich wurde irgendwie abgelenkt von dem leben der gegenstand der gespordet vom machte hosen habe ich da gesehen ich habe mich abgelenkt natürlich nicht auch nach ausreden oder so ne ich bin nur auf den leuten als ich sehr gierig nein ich habe jetzt schon gehabt wenn wir nämlich dagegen gerannt wird naja sind noch mehr geht nach ich bin auch nicht ich habe ich auch mal stark genug sind so man hier diesen einen typen zu besiegen wenn man nach zu verfragen bei dem baum er hat das war richtig gegeben er hat sie gegeben in dieser eine typ hier und das gut er diese eine typ dem man hier nach zucker fragen unter dem baum ich frage ich bin doch dem selben level wieder es gibt ja uns erst recht nach 6 war der ein ganz neues move der der bewegt sich wie spider man er bewegt sich von so ich habe wieder neu zum anderen unterteil stärkeres unterteil nach sechs waffen wechseln erlte die 872 stellung das ist auch nicht schlecht ok rüstung 6.699 rüstung hast du mehr als ich habe nur 5800 aber das ist so befriedigend und knoten er von gegnern aufeinander hat da sind dann mehr gekommen ich gehe noch ein tisch ich liebe es wenn sie so eine riesige masse ja mit sich mit mir bewegt kann ich nicht bewege er hat mich auf abstand ein bisschen gott überall sind explosion ich glaube du musst du brauchst du gar nicht versuchen ich bin mitten in der horde die stehen alle bei mir ja ja ich weiß nicht ich glaube nicht dass ich eingefroren war aber irgendwann hat mich bedeutet ich konnte mich nicht mehr bewegen ich war warum kommt die denn schon ein bisschen zurück du kannst ein bisschen ja nur ein paar kleine erleben was was für ein eignis was möchte der eignis beigetreten ja so gut am wohnen und warum hat hier so schwierig gott dann hast du auch von dem jahr nach der markt kaputt ich habe eine explosion gestorben vergessen hat die menschen explodieren okay da wird hier zu dieser zeit zu dieser jahreszeit hier ich muss merken wir explodieren oder auch nicht war ok hier ist ein boss bei mir mit dem schädel kommt ich bleibe ich von hinten an ja aber so ein typisch mit mir kommen aber bei mir sind voll viele leute auf einmal gesprochen ja ich sehe es gerade ich bin ein bisschen zurück ich habe sie alles zusammen gezogen ich will hier durch ich habe ganz viele tränke genommen aber da auch nichts gebracht ich wollte ja gerade durch dann schon wieder gekillt dass ich gleich beim heilbrunnen ich habe keine tränke weil es natürlich mit dem feuer so schnell er ist auch schnell ich bin doch schon voll gar der erste stelle heimlich brunnen danke da bin ich wieder eine lade ist lieber ich habe ich dachte wir haben ja genau das meine sehr kann wegen sie aktiviert und so hatte ich mache diesmal ich war ein paar klein zeug hier jetzt wird es wieder ein bisschen schwer am ende die sind nicht weg die stehen noch bei mir eine nackte fette der voll verwirrt ich bin mir jetzt immer weg die meine fläche ich muss noch gleich p nein sieben gegner übrig wer macht ich ja ich bin noch ein bisschen weiter durch dich wieder zu beheben und dann verpissen wir uns erst mal ja wir müssen nur noch sieben gegner legen wir haben keine wiederbelegung mehr ja weg 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 aus dem weg ja guck mal wie schnell er ist und da steht ja einfach nur so warum kommen wir hier schon wieder mehr gegner ich habe ja eigentlich so die ich glaube da wird nichts wenn das so weitergeht 12 gegner 15 gegner warum ja das wollen wir mal wieder neu dass der eine beschwertige oder so weil sie nicht hier wenn einer von uns stirbt muss andere weg rennen wer beschwertig ich habe noch einen trank ich habe keinen trank mehr cool weil verlieren bei ihr da gibt es nicht ich bin ich so schnell wie du ich habe keine geschwindigkeitsboni denn soweit wie es geht einige gehen wieder zurück ich versuche jetzt darauf zu klettern wie die treppe ist ich glaube das problem ist aber die tun die gehen nicht mehr zu ich war jetzt da oben auf der treppe und dann kann da die vulkan wir hätten mich jetzt so knapp beinahe getötet oh gott der boss ist der typ mit dem schädel der haupte ich hab der steht da immer noch ja du kannst aber um den herum gehen glaube ich ich habe aber keine trinke mehr die tun sich nicht hoch ein also bei mir stehen ja leute die sind immer das freut mich aber ich komme nicht gegen die alle andere besonders nicht ohne tränke ich habe mich an dem vorbei warum rechts lang hast du hast du von dem brunnen schon genommen ja ja ich weiß nicht die tür aufmacher sind da glaube ich noch mehr hier ist noch schwarz ich habe da sind noch mehr gegner ich sehe keine ich komme nicht an dem schädel fußi da vorbei ist es da oben lang gehen da sind aber auch gegner ja aber da sind nicht so viele und links ist ja ich habe die karte gerade auch nicht sehr ganz der roten punkte wenn er da oben noch geht einer kommt jetzt da sind zwei gegner was ich war dafür gegner sind nicht so weit nach oben bleibt in den raum am besten die schafft aber ich kann mich nicht bewegen ich habe keine heilung aber ich bin gleich tot bin betäubt aber wir sind tot ja jetzt bin ich habe noch die hälfte meiner energie also hier sind ungefähr 34 gegner da sind so viele gegner gar nicht ich kann nicht machen da kommen wir schon wieder die nächsten volkane von euch ein trend fallen lassen meine fresse da ist noch ein gegner da bewegt ich ganz langsam ich glaube für dich voraus okay da oben ist nur ein gegner so gut wie tot darum ist ein gegner ein gegner okay aber bei dir sind ganz viele da ja ja bei mir sind zwei gegner wir keine trinken oder sowas brauchen lässt den keiner von denen man trennt hat da über mir ist einer ganz lang ganz lang ja kämpft nur gegen den jetzt ist neben mir nur noch einer darunter sind drei stück aber ich weiß nicht ob die triggers wenn halleluja da ist jetzt ein gewick gehe ich zu weit darunter versuch dem fertig zu machen bleibt da bleibt da jetzt kann sich wieder wo kommen die denn jetzt her ich bin tot warte ich mache eine strategie die ganzen gegner wo kann die denn jetzt her bist du treffe da hinten in der rante leiter ja der hat sich irgendwie zu uns im telefoniert glaube ich ich glaube ich weiß nicht mehr die am sporten ist der ein ich weiß auch nicht und gerne mal weg kollege da steht jetzt wieder elf verbleiben ja ich glaube da geht da nicht weg überhaupt kein auf der karte bei dir da zehn oder zwei jahre die da unten an der ja der kann ich oben auch auf der leiter da treffen wir haben schon gemerkt da bin aber nichts für mich ich muss man es gibt nicht und wer ist einfach nicht geschafft hatte da steht ihr werdet zum eingang zurück gebraucht nein und so einfach am anfang ja der ist jetzt nicht mehr als traum halten wir sind spieler ich will jetzt ja mal wieder wie geht's na man muss da mindestens einmal verlieren ja das ist aber scheiße wo willst du dann das raus hier oder sind wir draußen ich weiß jetzt nicht aber draußen sind oder drin folge mehr sind draußen ja folge mehr hier sind legions ereignis muss man dahin gehen wo ist ein bisschen blut um uns aufzeiten rechts rechts immer nach rechts immer nach rechts man muss man ja so ein ding versagen wir haben versucht hat nicht gut zu reden das war scheiße noch eins haben wir noch das war einfach blöd warum sind denn da immer wieder neu angekommen war die eine der heißen schlangen beschwören oder so tun die immer wieder neue beschwören oder das scheiß wollen wir haben diese wir haben diese typen mit den feuer die ganze zeit zugesetzt sobald ich wieder belebt war wollte ich weg können da war ich auch schon tot ich habe hier gerade warum gibt es ja noch irgendwo weit einer hat dieselbe idee die idee sicher um zu schauen das gibt es ja ja schreien oder in die sonne was man ja nicht ja und da niemanden über level 100 gesehen bisher ja auch nicht nur da war ja und das ist das maximum ja weil die dungeons ja immer sagen 100 plus da heißt die sind schwerer als level 100 und so rein verdammter leviathan dieser schlund der verließe wollen der kerl jetzt habe ich nicht junge willst du bist mit mir anlegen gut gemacht ich ins beziehe hat irgendwie hier so ein level 100 der hat irgendwie nur klar botten die irgendwie maximal level 80 sind geht los ok ok bonk weiter oh man ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit ich glaube gleich wieder 76 was ich bin noch vorhin gerade aufgelenkt aber schnell auf einmal ich bin noch nicht bereit und ich bin noch nicht und ich bin noch nicht ich war jetzt hier hat noch einer die tentakel näht ja liebe freundliche größe doriel ja bei mir steht überhaupt nichts ich muss warten wer ist denn dieser doria überhaupt er steht nur danielo kraftal ist man der augen an ja da stehen wir auch 76 erreicht das ist ein traumabschöen er war mal jemand auf dem buffer losläufe ich bin auch nicht bereit ok jetzt nichts ich habe mal kurz auf danke na ich habe eine kenne zu sagen da er war schon leute gerade ein paar punkte verteilt hat schon leute nicht wahr ich muss warten ich habe sie von der gruppe getrennt ok alle viel schneller als ich im laufen verbreiten so auf den ganzen weg und alles ist schon tot also was hochgelevelt habe ich gesehen ich doch nicht irgendeiner ich ich du klugen oh ja 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 auf die hohe 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 boah der hat dich gekillt was wieso nein fänger weg ich belebe den wieder das meiner sieht oh man ist hier betonten schon wieder betäubt aha so macht ihm ganz voll drauf da ist ja noch einer meyer letzter fehler sein so alles einsammeln besser schwer das genau gleich schwer weil ich jetzt habe um der seine großschwert des gargäuls der erwartungsvollen der schale nächsten gewinnt werden bis zu mehr schaden war sie noch da wird aber mich was das großschwert das finde ich gut aber der neueste sein habe ich doch schon dieser design habe ich doch schon dass du dieser kopf den ich immer gehabt habe der griechische soldat oder sowieso ein golem oder so ein roboter ich gehe mal zurück und repäre ja meine sachen